Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Microfie Displays. Heute werde ich weiter bauen an meinem Haus, wo ich ja gestern aufgeholt habe. So, wo ist mein Inventar? Mein Inventar ist weg. Hä, wieso ist das weg? Raus. Warum ist mein Inventar ist weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Das war eine Eisenachst. Scheuert. Ich weiß ja nicht, wo ich also wohnt habe. Wo bekomme ich... Hä, was ist denn? Schon wieder so eine Truhe. Uuuuh. Uuuuh. Endlich. Alles nehmen. Viel schneller. Gut, in der Tür. Hey, jetzt kann ich auch Wassermelonen anbauen. Endlich. Aber ich dachte, das ist immer nur eine, das ist eine Bonus-Truhe. atregierungen haben und eine neue atregierungen haben. Abutt in app-app-app-app-app. So, TNT.. Das war das bzw. das.. dashrl.. das. Das, das, das. Dat. 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 Van... Ich glaube, das Essen mache ich eine Extra-Tour, ich kühle es hier auch dazu, mit Samen, ok. Perfekt, so. Toll, jetzt habe ich keinen Stein. Wie mache ich das jetzt? Ich habe Holz. Würde ich hier nicht einen Krifter hinwollen? Ich brauche es einfach hier hin. Da ich einen Stab habe. Und eine Axt. Holz-Axt. Äh, Holzhacker. Erstes Teil. Jetzt kann ich hier mal bohren. Ne. Oh nein, kann ich hier nicht abbauen. Ich kann es erst abbauen, denn... Wo ist das Licht hin? Ach egal, ich baue jetzt nichts hin. Und ich baue jetzt einfach in... in den Werk hinein. Sodass... ich mehr finde. Der baut schon von selber ab. Was ist das? Ja. Ja. Perfekt. Ist das? Ja. Perfekt. Ist das? Das ist nichts, oder? Ne. Egal. Hauptsächlich kann ich den Axt bauen. So passt das mir dann auch. Wie diese Teile mich nerven. So. Raus, raus. Was es mir gab. Nehm nerfliche Minuten. Zum Glück. Hau doch einfach ab. Ja. So. 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 das halte ich nicht mehr an, nein geht ja nicht jetzt nehme ich das Holz da einfach und dann bringt es auch nötig mehr für diese Tiere, jetzt für mich sind das Tiere die da aufgelohnen jetzt komme ich dort natürlich wieder was ins Inventar rein damit das mehr passt ok ach ich kann ja Bäume hinbauen damit ich wieder Holz ernten kann wieder ich meine einfach ernten kann hier kommt ein Baum hin hier kommt ein Baum hin Hier kommt ein Baum hin, hier kommt einer hin, hier kommt einer hin, hier kommt einer hin, hier will ich einen haben, hier, hier, hier und hier, so passt das mal. Hier, die kommt zu mir rein, viel zu viele Dorfbewohner, davon habe ich schon, Papier habe ich nicht, ich habe mal eine Idee, 3 habe ich nicht, ups, was war das denn? Was dir da reingefallen hat? Wo soll man hier Fisch herkriegen? Das frage ich mich auch immer. Aber bald kommt ja eine neue Version 1.8.0 oder 1.8 einfach so. Die letzte Version, die jetzt noch aufgeladen wurde, war ja am 13. April, das war ja 1.7.9. Jetzt fehlt noch ein 0.0.1 Version. Die nächste kommende muss ja sein. Im Minecraft Forum steht ja das, dass im Milyon ein Ender, einen roten Drachen hochladen will, will. Wollen. Und viele Minecraft-User haben jetzt Angst um ihre Welten, dass die einfach reinkommen. Aber wenn man immer einfach reingestellt hat, so kommen die ja nicht. Da läuft. Jetzt eine Minecraft-Tage. Okay, okay, okay. Okay, das war's nun mal für heute. Morgen hatte ich wieder ein neues Letzte auf Minecraft-Tage und dann tschüss.